Jo, und da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Wir fahren mit dem Icarus. Huch, Hornstraße. Hätte ich ja glatt vergessen. Genau, siehst du, das kommt einfach. Die Hornstraße. So, ja, wie gesagt, wir sind immer noch auf der Linie 209. 50. Auf dem Weg zum Buerathaus, äh ne, Buerastraße. Oh Gott, nicht Buerathaus, Buerastraße. Mit unserem schicken Icarus 280. Äh, mit der schicken festischen Nackierung. Nisch. Und wir dürfen fahren ins Grün. Jo, links drüben fährt die Taxilinie der TW256. Nächster Halt, Forspringsstraße. Nächster Halt, Forspringsstraße. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Puh. Nächster Halt. Nächster Halt. Das ist schön, die mögen halt meinen Bus. So, weiter geht's. Ich bin das frei hier. Der nächste halt, Maria Theresienstrasse. Oh, da gibt's noch wieder Fages, ne? Ach, guck dir mal einen, der Kevin. Wo willst du denn hin? Maria Theresienstrasse, genau. Hallo, guten Tag. Ja, mit Weihnachtsmütze. Langsam solltest du da mal, ne? Mal eine andere Mütze aufsitzen. Mit Fabien. Andervan müssen wir da mal ein Foto machen. Ja, genau. Und weiter geht's. Ich bin schon mal ein Fahrplan einzuhalten. Ich wünsche euch Betenbad. Aber ich hab grad keine Zeit zum Quatschen. Linie fahren und Fahrplan einhalten. Nächster halt, Pestalozzi-Dorf. Rrrr. Rrrr. Ruhig, Bruder. Guten Tag. Oh, das haben wir vergessen zu klingeln. Macht nix. Nächster halt, die Stellung, Rockwool. Schönen guten Tag. Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Oh, da ist ne Laterne abgefallen. Wart gestern so stürmisch bei euch denn glatt weg? Schneesturm. So. Klingeln nicht vergessen. Genau. Und weiter geht's. Ja, wo stehen wir wieder hier an der Ambe? Ja, wo stehen wir wieder? Hm? Okay. Bitte schicken. Und hier warst du die Augen. Na, was machst du denn da vorne mit dem Golf? Oh mein Gott Bitte nicht Doch, er fährt nicht Hm, dann machen wir das doch mal so, mal gucken, was passiert Äh, gar nichts Okay Ah ja Na ja, dann kann man auch runterfahren, ne? Nun gut Haben wir ja schon fast Naja, unsere 5 Minuten Verspittung haben wir ja auch gleich drauf, Mensch Na, macht ja nicht Geht ja hier nur um den Bus, ne? Oh, ne Dem schicken festischen Riepen Müsst ihr mir da gar hinten drauf gefahren? Ja, äh, na gut, dass ich keine Kollision anhab Hi Ist das nicht alles Nicht weiter schlimm? So Ich will schnell noch einen Schluck Kaffee trinken Weil ihr wisst ja, Kaffee hat ja einen hohen Verdunstungsgrad Verdunstungsgrad Herrgott Immer wenn ich nach meiner Tasse greifen will, ist die leer So Nun, kann's auch wieder grün werden Ich hab'n Fahrplan einzuhalten Sind eh schon zu spät 5 Minuten haben wir schon drauf Nächste Scheiß-Mampel hier da Nächste Alt Ellinghorster Straße Ok Good luck. Nächsteitestelle Tilseter Straße. Okay, dann sollte keiner einsteigen, aber aussichtigen sind welche, weiß ich jetzt gar nicht. So, weiter geht's, klingeln, Dürren schließen und Abfahrt. Und Vorsicht bei der Abfahrt. Guck mal, S-Bahn-like, ne? Oh, es gibt einen Haltewunsch. Was ich jetzt hier so sehe, gibt's hier glatt noch einen dritten Teil. Oder wir lassen den zweiten Teil etwas länger laufen. Ja, ich würde sagen, wir lassen den zweiten Teil ein bisschen länger laufen. Oh, jetzt machen wir 4,5, jetzt sind wir schon bei 5,5 Minuten Verspätung. Na, die Fahrgäste werden sie freuen. Egal. Dauert halt alles etwas länger, weil das hier halt ein alter Bus ist. Und da ist ja alles noch Knöpfe drücken und ne? Und Schalter wird zum Tätchen und klingeln. Guck mal, ach, da brauche ich ohnehin das Mikrofon hier. Nächster Halb, Örtelsburger Straße. Nächster Halb, Örtelsburger Straße. Morgen. Mahlzeit. Ist doch schon gleich 12 Uhr, also Mahlzeit. Gut, Tag, Kollege von der S-B-91. Nächster Halb, Örtelsburger Straße. Na, Oma, was soll denn hier werden? Wohin bin ich auf der Straße? Nächster Halb, Örtelsburger Straße. Hinterhalb, Örtelsburger Straße. Hey, halt an, halt an, halt an, halt an, halt an. Ich frage mich doch immer, was für ein Szenerieobjekt ihr meint? Guten Tag. Guten Tag. Warte, heute. Ja, immer schön fahrschön. Genau. So. Oh! Das war die Wittringer Schule! Kommt jetzt! Wittringer Schule! Äh, nein! Das ist keine Baustellen! Also brauchen wir da nicht langfragen! Na, nicht streiten! Ist hier nur Platz im Bus! Nun, werdet euch einig! Wahrzeit! Wahrzeit! Umleitung, Leifticker, Baustelle am Rathaus! Nein, wir haben keine Baustelle am Rathaus! Nur Rathaus! Aber da hätten die... Jetzt sagen wir nicht, dass da hinten die Strecke zu Ende ist! Das schadet Objekts jetzt! Dann wissen wir ja wenigstens, was für ein Objekt gemeint ist! Ähm... Nein, ich hab keinen und grün! Ich dachte... Aber dann könnte ich doch eigentlich die Umleitung vom Leifticker nutzen, oder? Wenn die Aussicht schildert ist, dann fahren wir doch da hinten rum! Wovon wir da Probleme kriegen, weil dann sieht aus, als wäre der vorbei! Bei der Feierabend, bei der Linie! Ich habe da irgendein Objekt fehlt! Szenerie Objekt! Aber ich habe eigentlich alles installiert! Ordnungsgemäß bei Gladbeck! Hm... Ich würde sagen, wir fahren die Umleitung! So, eventuell auf einen sicheren Weg! Da hinten sah mir ein bisschen komisch aus! Oh, Mikrofon! Geh mal weiter weg hier! Anheu so! Uppsala! Und dann sind wir nämlich die Umleitung vom Leifticker! Folge zu E56 bis Goethe! Na, machen wir doch noch! Man merkt, wir sind am Löteplatz, in der Nähe vom Löteplatz. Das war schlecht. Der Flöteplatz geht auf Flöteplatz, in der Nähe vom Löteplatz. Die Flöteplatz solltet werden. Die Flöteplatz ist in der Nähe vom Löteplatz. Der Flöteplatz kommt mit dem Löteplatz. Ich war mir nicht sicher, ich weiß jetzt nicht, dass wir uns jetzt hier vollends verfrenzen. Alle Linien, naja, dann müssen wir jetzt gleich am Könntag angucken, ne? Und das lag, und das lag, das lag, warum auch immer. Könnt ihr nicht einfach stehen bleiben, PKWs, ey, das wäre wieder der nächste Unfall. Schönen Dank auch. Oh, 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 oh. Oh, meine Güte, ey, ist doch gut jetzt hier mit dir rum, ihr lagge hier. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das guckt mich hier, schweiß und blut und schweiß. Ja, jetzt haben wir natürlich über 10 Minuten Verspätung, fast 10 Minuten Verspätung, weil wir das Stadtbad ausgelassen haben. Boah, das sah mir jetzt so ein bisschen komisch aus, als würde da irgendwas fehlen. Und bevor ich da wieder hinfahre und dann nicht weiterkomme und mein Letztbild beende, dann fahre ich auch lieber die Umleitung hier. Ja, nur. Ja, nur. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, wie gesagt, nächste Alt-Oberhof ich stehe hier mitten im weg da kommt ein Kollege jawohl alle passt heute 258 wo ist denn meine reisestelle äh wird jetzt hier völlig verkehrt nee da vorne 259 N436 Oberauf so ja 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 ja